Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Skyfactory, mit dabei für heute wieder und ein kleiner Wurf So, ich höre gleich auf damit Ja, ich werde dann gleich weiter machen Und wir werden jetzt gleich eine Spitzhacke bauen Denn Widda hat ja noch ein bisschen Bruchständen übrig, hoffe ich mal Da Widda, hast du noch Bruchständen übrig? Da Gut, dann werden wir nicht daraus Spitzhacke Dann können wir nicht damit auch einfach nur Corviston machen Vielleicht ist das so, was habe ich da eben gemacht? Pass auf, geh nochmal rein Stopp, nochmal zurück Warte, was kam da raus? Bodypane Okay Okay Für eine Chisel-Armor Ja, die brauchen wir auch Aber nicht jetzt Ja, ich wollte bloß, ich war bloß überrascht So, hey, warte mal kurz Das war neu Das sah aus so wie Marmor So quasi Ich dachte mir so, hä, Marmor, hier Ups Das ist schön Diese Crocs solltet ihr mal wieder produzieren Wir haben noch zwei Was haben wir produzieren? Was? Crocs Okay Diese Teppichklopfer Ich nenne sie jetzt einfach mal Teppichklopfer In der unteren Kiste Wie gesagt, wir haben noch einen von 0 nach 3 Ach, sinnlich Äh Na gut, ich, wie gesagt Falls Brust dann ab Weil mir ist es nicht interessant Daher, dass die anderen beiden aufnehmen Nicht Mal was interessantes machen Mal was interessantes machen Ich freue mich schon, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo besteht Produzierer eine Million RF Ja, das haben wir schnell Dank einem Reaktor Oh, können wir nicht irgendwas Biologisches machen? Nein, das kommt ein Reaktor hin Auf ein bisschen so Solar und Wind und so Auf Öko waren wir letztes Mal Na, nicht unbedingt Doch Nur Solar Das letzte Mal wurden wir eigentlich nur mit Solar betreten Nee, da gab's Wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe Kann ich hier sogar ein Wasserwerk bauen Ach nö, du wirst es Ach nö Doch, ich könnte es bauen Sagen wir mal so Ich könnte Ich weiß schon wieder, was du vorhast Ja, das hat aber beim vorletzten Mal funktioniert Es hat zwar etwas komisch aus Aber es hat funktioniert Ich habe mir nochmal einen Hammer Hammer Wieso sammelt sich eigentlich die ganze Zeit Steine in meinem Inventar Nein Äh, zwei Steine Ja, ich hab Hunger Äpfel Zwei Ich brauchte noch mal demnächst mal so wieder so ein Stellenhormon Ich brauch Hunger auch Verreckt Verreckt doch sowieso Nachkommen hier Nö Sowieso sterben Na, so hab ich jetzt Sand im Inventar Nicht gemacht Ey Da, liegt's ein Block Meins Bitte Verhungert Wer da Auch ihr Ich hab den aber wirklich weggeworfen So hier Ups, das verknappt Da wirft man sowas weg Und dann kriegt man uns gleich wieder an Kopf geworfen So Das heißt jetzt das ganze nochmal Nochmal Ne Das ist so produktiv Komm schon mal mit einem automatischen Abbauer haben, den da einfach gegenüber von diesem Block hinstellen Und unten dann kriegt das System Sonst aus Ne, ich hab jetzt genau andersrum gemacht Ohohoho Gehen noch ein bisschen Erde ein Du bist ja lustig Naja, ein Weg Haha Ein Weg Erde, gibt's sowas? Ein Weg Erde, ja Das nennt man Komposch Ne, das wird ja wiederverwendet Das ist ja wirklich ein Weg Rosen Erde, aber da hat er irgendwie ganz im Kopf die ganze Zeit, ich hab ein Glas voll Dreck Ich hab ein Glas voll Dreck So Ja So Das kommt jetzt Ja, wenn wir einen automatischen Rechte, also Abbauer haben, dann geht das auch leichter zustande Braucht man einen für den Abbauer? Er ist das, äh, eh Abbauer Na, du brauchst zuerst ein Automatik, äh Automatischer Abbauer, da Brauchen wir einen Voltkristall, eine Spule? Da macht man ein Voltkristall Mit den automatischen Umwandler Ja, das ist ja mal Das heißt anders, aber Automatischer Ja, automatischer Recess, da ist Just to Craft Crystals Kannst du Kristallen Craft, ne? Also dieses Projekt wird auf jeden Fall komplizierter, als es am Anfang scheint Ist eigentlich gar nicht mehr so schwer Du tust einfach Kohle rein, in diese Action da, was da ist Und da bekommst du einfach ein Voltkristall raus Ah, okay Nur wie zum Beispiel kommen wir an Kohle Wie Kohle? Ja, wir haben doch schon Kohle Holzkohle Von Holzkohle, von richtiger Stein Ja, aber ich hab doch normale Kohle auch schon gehabt Wo ist die normale Kohle hin? Hat er jemand Fackeln gebaut mit den normalen Kohlenöl? Ich hab nur die Holzkohle verwendet für Fackeln Ich hab gar nichts verwendet hier für Fackeln Aha So Bei dieser eine Block, ganz schön produktiv Ganz, ganz brav auf Bord Also, rausgekommen sind 10 Knochenmehl Knochenmehl Kopper Kopper Aluminium Gold Silber Silber, sehr wichtig Ah, so, was hier macht ein Backup Das ist doch schön Können schön kleiden, ne? Joa Ja, was soll ich hier draußen sein, ne? Die ist ja keine Welt, nix Aber das ist nämlich der Grund auch, warum wir mittlerweile das Projekt genommen haben Weil die anderen einfach irgendwann so angefangen haben zu lenken Und jetzt haben wir uns halt auf dieses Lübelchen hier spezialisiert und mal gucken, ob es hier auch so wild wird So, das kommt weg, das kommt weg Und Was kann man noch mit den Würmern machen? Äh, Du kannst die Würmer in den Komposter reinwerfen Auch? Äh, super Warum sind sie auch in der Kiste da drum drinnen? Alles klar Du kannst alles da reinwerfen, außer das Ganze Holz Das muss ich jetzt zu brettern wahrscheinlich verarbeiten Nein, das Ganze Holz Darum bauen wir die mal den Hämmern ab Wer da Lass mal die Baum Äh, Farm Erwachsen Ja Lass ich Lass ich gerade Als das mal Äh, ich habe jetzt ein Blatt mit Wurm Ah Fäden machen Ja Ich hab schon zwei, ist der Kompost und gemacht Sehr gut Aber ich werde es jetzt gleich auf Kies wieder umspringen, dass wir es nicht doppelt abbauen müssen Ja Aber Der Bruchstamm ist nur, dass wir craften können Deswegen Jo, ist ja kein Ding Jetzt mal einen Hammer machen Hier Ich brauch selber noch welche So, das stimmt Wenn ich dir, dir deine Club brauchst du ja auch in 500 Meter welche Das heißt, wir haben Materialien für Copper Ja Da vorn Eisen Ich brauch Eisen Nuggets Komm mir an Eisen Nuggets Äh Nur das, aber den ganzen Eisen machen und das dann wieder zu legen Genau Na 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 Aber was für Nuggets redest du? Äh, Copper Nuggets Wahrscheinlich Dann Hör mit so Okay Hier drin Ah, okay, das sind nicht mehr Das siehst du diese Pieces Weißt du diese? Ja 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 Geht auf die Crafting Tower An die neunmal, oder? An die neunmal An die neunmal An die neunmal An die neunmal Und diese Eisen Chucks Da hinein in den Ofen Ah, okay, passt So funktioniert das Okay Ich hab mir nun Ja, genau Auch alles Es wäre jetzt echt gemein, wenn daraus heißt Nuggets werden geht Und du neun Nuggets für einen Block brauchst Ja, stimmt Das ist ja sonst nicht so Sonst ist es nicht so fair, wie es hier eigentlich ist Ah, okay, da kommt gleich ganz Okay Verstehst du jetzt, was ich meine? Das ist nämlich richtig Ah Wenig ist, was du dann dafür So, wie man im Hintergrund bei mir schon hört Klingelingeling Nein Das hat er nicht Wir sind durch Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao